Also ich heiße Wolfgang Klausnitzer, ich bin der neue Rektor der Philosophisch-Dilogischen Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz. Ich war früher Professor in Bamberg und in Würzburg und bin seit meiner Emeritierung eigentlich jetzt andauernd in Heiligenkreuz und bin 72 Jahre alt. Es wird nicht anders ausschauen als die Rektorate zuvor. Also es wird nichts Umstürzendes sein. Ich möchte eigentlich nur weiterführen, was die bisherigen erfolgreichen Rektoren vor mir auch schon angefangen haben oder angestoßen haben. Aber ich glaube zwei, drei Punkte möchte ich doch vielleicht ein bisschen markieren. Es wäre schön, wenn es in diesem Jahr in diesem Rektorat gelänge, dass die Studenten zu der Einzige kommen. Ich bin stolz darauf, in Heiligenkreuz zu sein. Heiligenkreuz ist wichtig und ich bin stolz an Absolvent, eine Absolventin von Heiligenkreuz zu sein. Und ich muss mich von niemandem, sei es in Tübingen, sei es in Wien, sei es in Graz, sei es in Chur, verstecken. Ich habe eine gute Ausbildung dort und kann mit diesem Zeugnis überall in der Kirche auftreten und kann mich da bewerben. Wir müssen halt versuchen, so ein bisschen auch das Heiligenkreuz in der Form zu stabilisieren, dass wir sagen, diese ganze Hochschule, der ganze Raum, der da ist, gehört eigentlich zusammen. Es sind nicht unterschiedliche Institutionen da sind, die nebeneinander und vielleicht unter Umständen so ein bisschen gleichgültig nebeneinander leben, was auch jetzt schon nicht so ist, aber dass wir sie eigentlich zusammenführen. Wenn einer nach Heiligenkreuz kommt, muss er eine Einverständniserklärung unterschreiben. Und in dieser Einverständniserklärung unterschreibt er, dass er die katholische Lehre, so wie sie auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil authentisch gelebt wird und auch artikuliert wird, tatsächlich übernimmt, dass er sich dieser Lehre auch zustimmt und dass er auch die Praxis der Vorgaben des römischen Lehramtes akzeptiert. Das heißt konkret in der Liturgie, wir wollen katholisch sein und wir versuchen katholisch zu sein in der Mitte. In der heutigen Zeit gibt es ja sehr viele, die katholische Lehre in Frage stellen. In Deutschland haben wir da so ein bisschen eine unglückliche Situation. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass manche darauf reagieren, indem sie sagen, ja gut, dann müssen wir jetzt wieder zurück zu einer bestimmten alten Form von Theologie oder Glaubensmilieu. Wir versuchen in Heiligenkreuz das Katholische zu leben. Das heißt die Mitte. Katholisch hat immer geheißen und, und. Also sowohl das als auch das. Wir versuchen die Tradition zu bewahren und wir versuchen uns irgendwie, soweit es möglich ist und soweit es vom Evangelium her notwendig ist, der Welt zu öffnen. Also wir wollen eigentlich nur schlicht und einfach katholisch sein. Kommen Sie doch mal, schauen Sie es mal an, die Atmosphäre. Vielleicht haben Sie mal Gelegenheit, das anzuschauen. Wenn Sie keine Gelegenheit haben, nach Heiligenkreuz zu kommen oder nicht nach Heiligenkreuz können, aus bestimmten Gründen auch immer, dann erleben Sie Heiligenkreuz ja durch die verschiedenen Internetauftritte, durch die Fernsehauftritte. Und da erleben Sie wirklich, dass das eine, was für eine lebendige Gemeinschaft ist. Man kann solche Sachen nicht beschreiben. Das Beste ist, schauen Sie es an, der heilige Thomas von der Gwiener hat mal gesagt, wie mache ich, als Jünger ihn gefragt haben, als Schüler ihn gefragt haben, wie mache ich einem Menschen christlich? Und da haben Sie gedacht, der sagt Ihnen da so drei Sätze und dann können Sie mit diesem Satz, können Sie durch die, können Sie hausieren gehen und dann werden die Leute Christen. Der hat gesagt, der einzige Weg, jemanden zum Christen zu machen, ist, dass du ihn einlädst und mal 40 Jahre mit ihm zusammenlebst. Dann sieht er, was das bedeutet, Christ zu sein. Wenn Sie mal Heiligenkreuz erleben wollen, würde ich sagen, kommen Sie mal, schauen Sie es an und leben Sie mit unserem Christen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!